Die Kriegsfurie hatte Europa halb abgegrast, aber sie war noch jung und hübsch und überlegte es sich, wie sie noch einen Sprung nach Amerika hinüber machen könnte, als im Bahnhofsrestaurant von Helsingfors zwei Männer saßen und sich ab und zu vorsichtig umblickend über Politik redeten. Der eine war groß und dick und hatte weiße Hände, der andere von untersetzter Statur mit den Händen eines Metallarbeiters. Der Große hielt sein Bierglas hoch und durchschaute es. Das Bier ist kein Bier, was dadurch ausgeglichen wird, dass die Zigarren keine Zigarren sind. Aber der Pass muss ein Pass sein, damit sie einen in das Land hereinlassen. Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen und auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt, wie die Aktienpakete in das Safe gesteckt werden, das an und für sich keinen Wert hat, aber Wertgegenstände enthält. Und doch könnte man behaupten, dass der Mensch in gewisser Hinsicht für den Pass notwendig ist. Der Pass ist die Hauptsache. Hut ab vor ihm. Aber ohne dazugehörigen Menschen wäre er nicht ganz möglich oder mindestens nicht ganz voll. Es ist wie mit dem Chirurgen. Er braucht den Kranken, damit er operieren kann. Insofern ist er unselbstständig. Eine halbe Sache mit seiner ganzen Studiertheit. Und in einem modernen Staat ist es ebenso. Die Hauptsache ist der Führer oder Dutsche. Aber sie brauchen auch Leute zum Führen. Sie sind groß. Aber irgendjemand muss dafür aufkommen, sonst jetzt nicht. Die beiden Namen, die Sie erwähnt haben, erinnern mich an das Bier und die Zigarren hier. Ich möchte sie als führende Marken ansehen. Das Beste, was hier zu haben ist. Und ich sehe einen glücklichen Umstand darin, dass das Bier kein Bier ist und die Zigarre keine Zigarre. Denn wenn da zufällig keine Übereinstimmung bestünde, wäre das Restaurant kaum zu führen. Ich nehme an, dass Ihr Kaffee auch kein Kaffee ist. Wie meinen Sie das glücklicher Umstand? Ich meine, das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Sie brauchen den Vergleich miteinander nicht zu scheuen und können Zeit an Zeit die ganze Welt herausfordern. Keiner von Ihnen findet einen besseren Freund und Ihre Zusammenkünfte verlaufen harmonisch. Harmonisch. Anders, wenn der Kaffee zum Beispiel ein Kaffee und nur das Bier kein Bier wäre, möchte die Welt leicht das Bier minderwertig schimpfen. Und was dann? Aber ich halte Sie von Ihrem Thema ab, dem Pass. Das ist kein so glückliches Thema, dass ich mich nicht von ihm abhalten lassen möchte. Ich wundere mich nur, dass Sie gerade jetzt so aufs Zählen und Einregistrieren der Leute aus sind, als ob Ihnen einer verloren jehen könnte. Sonst sind Sie doch jetzt nicht so. Aber Sie müssen ganz genau wissen, dass man der und kein anderer ist. Als ob es nicht völlig leicht wäre, wenn Sie verhungern lassen. Der große Dicke stand auf, verbeugte sich und sagte, Mein Name ist Ziffel, Physiker. Der Untersetzte schien zu überlegen, ob er ebenfalls aufstehen sollte. Er mannte sich jedoch dann und blieb sitzen. Er brummte, Nennen Sie mich Kalle, das Genücht. Der große setzte sich wieder und nahm einen übeln, nehmerischen Zug aus seiner Zigarre, über die er sich schon mehrere Male beschwert hatte, bevor er widersprach. Die Sorge für den Menschen hat in den letzten Jahren sehr zugenommen, besonders in den neuen Staaten gebilden. Es ist nicht wie früher, sondern der Staat kümmert sich. Die großen Männer, die an mehreren Orten Europas aufgetaucht sind, zeigen ein großes Interesse an Menschen und können nicht genug davon kriegen. Sie brauchen viele. Am Anfang hat man sich die Köpfe darüber zerbrochen, warum der Führer überall in den Randgebieten Menschen aufgesammelt und nach dem Inneren Deutschlands transportiert hat. Erst jetzt im Krieg ist's klar geworden. Er hat einen ziemlichen Verschleiß und braucht einen Haufen. Aber die Pässe gibt's hauptsächlich wegen der Ordnung. Sie ist in solchen Zeiten absolut notwendig. Nehmen wir an, Sie und ich liefen herum ohne Bescheinigung, wer wir sind, so daß man uns nicht finden kann, wenn wir abgeschoben werden sollen. Das wär keine Ordnung. Der ordentlichste Mensch, den ich im Leben kennengelernt habe, war einer namens Schiefinger im Lager Dachau, ein SS-Mann. Man hat von ihm erzählt, daß er seiner Geliebten nicht gestattet hat, an einem anderen Tag als am Samstag und bei einer anderen Tageszeit als am Abend mit dem Hintern zu schwenken. Auch nicht aus Versehen. Sie hat die Limonadenflasche im Wirtshaus nicht mit feuchtem Boden auf den Tisch stellen dürfen. Wenn er uns mit der Lederpeitsche geprügelt hat, ist er so gewissenhaft vorgegangen, daß die Striemen, die er verursacht hat, ein Muster ergeben haben, das jeder Untersuchung mit Millimetermaß hätte standhalten können. Der Ordnungssinn hat so in ihm drin gesteckt, daß er lieber nicht geprügelt hätte, als unordentlich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nirgends sieht man mehr auf Ordnung als im Gefängnis oder beim Militär. Das ist seit Alters sprichwörtlich. Der französische General, der dem Kaiser Napoleon als der 70er Krieg begonnen hat, meldete, daß die Armee bereit ist, bis auf den letzten Knopf, hätt nicht zu wenig versprochen, wenn's wahr gewesen wär. Auf den letzten Knopf kommt es nämlich an. Es müssen alle Knöpfe sein. Mit dem letzten Knopf gewinnt man den Krieg. Auch der letzte Blutstropfen ist wichtig, aber nicht so wie der letzte Knopf. Es ist nämlich die Ordnung, durch die der Krieg gewonnen wird. In das Blut kann man niemals die Ordnung bringen wie in die Knöpfe. Der Stab weiß nie so genau, ob der letzte Blutstropfen schon vergossen ist, wie er über die Knöpfe Bescheid weiß. Das letzte ist eins von den Lieblingswörtern von Ihnen. Auf dem Moor hat der SS-Mann immer gesagt, wir müssen mit der letzten Kraft zustechen. Ich hab mich oft gewundert, warum wir es nicht mit der ersten haben machen dürfen. Es hat aber die letzte sein müssen, sonst hätt's ihm keinen Spaß gemacht. Auch den Krieg wollen sie mit der letzten Kraft gewinnen. Darauf bestehen sie. Es liegt Ihnen daran, daß es ernst ist. Blutiger Ernst. Ein Ernst, der nicht blutig ist, ist keiner. Das bringt uns auf die Knöpfe zurück. Nicht einmal im Geschäftsleben spielt die Ordnung eine solche Rolle wie beim Militär, obgleich im Geschäftsleben mit peinlicher Ordnung doch Gewinste gemacht werden, während im Krieg nur Verluste entstehen. Man könnte denken, daß es im Geschäftsleben viel eher auf jeden Pfennig ankommt, als im Krieg auf jeden Knopf. Ein und für sich kommt's nicht auf die Knöpfe an im Krieg. Ne, und es wird so geaast mit dem Material, das weiß jeder. Da geht's aus dem Vollen. Hat man eine Militärverwaltung erlebt, die gespart hätte? Die Ordnung ist nicht, daß gespart wird. Natürlich nicht. Sie besteht darin, daß planmäßig verschwendet wird. Alles, was weggeschmissen wird oder verdirbt oder zerstört wird, muss auf dem Papier stehen und nummeriert sein. Das ist die Ordnung. Aber der Hauptgrund, daß auf Ordnung gesehen wird, ist ein Erzieherischer. Der Mensch kann bestimmte Verrichtungen überhaupt nicht ausführen, wenn er sie nicht ordentlich ausführt, nämlich die Sinnlosen. Lass einen Gefangenen einen Graben ausheben und dann wieder zuschütten und wieder ausheben und lass ihn das so schlampig machen, wie er grad Lust hat, und er wird wahnsinnig oder rebellisch, was dasselbe ist. Wenn er dagegen angehalten wird, daß er den Spaten so und so anfasst und nicht einen Zentimeter tiefer und wenn eine Schnur gezogen ist, wo er einstechen muß, daß der Graben schnurgerade ist und wenn beim Wiederzuschütten darauf gesehen wird, daß der Hof wieder so flach ist, als ob überhaupt kein Graben ausgehoben worden wäre, dann kann die Arbeit ausgeführt werden und alles geht wie am Schnürchen, wie der bezeichnende Ausdruck heißt. Andererseits ist Menschlichkeit in unseren Zeitläuften kaum zu erhalten ohne Bestechlichkeit auch eine Art Unordnung. Sie werden Menschlichkeit finden, wenn sie einen Beamten finden, der nimmt. Mit etwas Bestechung können sie sogar gelegentlich Gerechtigkeit erlangen. Damit ich in Österreich auf dem Passamt an die Reihe gekommen bin, habe ich ein Trinkgeld gegeben. Ich habe einem Beamten am Gesicht angesehen, daß er gütig war und was genommen hat. Die faschistischen Regime schreiten ein gegen die Bestechlichkeit, gerade weil sie eben unhuman sind. Einer hat einmal behauptet, Dreck sei überhaupt nur Materie am falschen Ort. In einem Blumentopf können sie Dreck eigentlich nicht Dreck nennen. Ich bin im Grund für Ordnung. Aber ich habe mal einen Film gesehen mit Charlie Chaplin. Er hat seine Kleider und so weiter in einen Handkoffer gepackt, das heißt hineingeschmissen und den Deckel zugeklappt und dann war es ihm zu unordentlich, weil zu viel herausgeschaut hat. Und da hat er eine Schere genommen und die Ärmel und Hosenbeine, kurz alles, was herausgehängt hat, einfach abgeschnitten. Das hat mich in Erstaunen gesetzt. Ich sehe, Sie setzen die Ordnungsliebe auch nicht hoch an. Ich erkenne bloß die ungeheuren Vorteile der Schlamperei. Die Schlamperei hat schon Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Im Krieg hat oft die kleinste Abweichung von einem Befehl genügt, daß der Mann mit dem Leben davon gekommen ist. Das ist wahr. Nehmen Sie einen Flieger. Er ist müde und liest die Messinstrumente ungenau ab. Seine Bombenlast fällt neben ein großes Wohnhaus statt drauf. Ein halbes hundert Menschen sind gerettet. Ich habe einen Laboratoriumsdiener gehabt, Herr Zeisig hat er geheißen, der alles in Ordnung gehalten hat. Er hat es sich schwer gemacht. Er hat fortgesetzt aufgeräumt. Wenn man sich ein paar Apparate zu einem Versuch zurechtgestellt hatte und ans Telefon gerufen wurde, hat er schnell aufgeräumt, bis man zurückgekommen ist. Und jeden Morgen waren die Tische blitzblank, das heißt, die Zettel mit den Notizen waren für immer im Kehrichteimer verschwunden. Ich hätte mir nie vorstellen können, daß Herr Zeisig ein Privatleben haben könnte. Aber er hat eins gehabt. Wie der Hitler an die Macht gekommen ist, hat sich herausgestellt, daß der Herr Zeisig die ganze Zeit ein alter Kämpfer gewesen war. Am Morgen, wo Hitler Reichskanzler wurde, sagte er, meinen Mantel sorgsam an den Nagel hängend, Herr Doktor, jetzt wird in Deutschland Ordnung geschafft. Nun, der Herr Zeisig hat Wort gehalten. Sie können's so ausdrücken. Wo nichts am rechten Platz liegt, da ist Unordnung. Wo am rechten Platz nichts liegt, ist Ordnung. Ordnung ist heutzutage meistens dort, wo nichts ist. Es ist eine Mangelerscheinung. Der Untersetzte nickte, war aber abgestoßen durch die Spur von Ernst, die er, ein diesbezüglich sehr empfindlicher Mensch, in den letzten Sätzen spürte oder zu spüren glaubte und trank mit langsamen Schlücken seinen Kaffee aus. Kurz darauf schieden sie voneinander und entfernten sich, jeder an seine Stadt. Ziffel und Kalle waren sehr überrascht, als sie sich zwei Tage später im Bahnhofsrestaurant wieder trafen. Kalle war unverändert. Ziffel hatte seinen dicken Mantel nicht mehr an, den er das letzte Mal trotz des Sommerwetters getragen hatte. Ich habe ein Zimmer gefunden. Ich bin immer froh, wenn ich meine 180 Pfund Fleisch und Knochen verstaut habe. Das ist keine Kleinigkeit, einen solchen Haufen Fleisch durch solche Zeiten zu bringen. Und die Verantwortung ist natürlich größer. Es ist schlimmer, wenn 180 Pfund verderben, als nur 130... Na, Sie müssen es doch leichter haben. Beleibtheit macht einen guten Eindruck. Es zeigt Wohlhabenheit, und das macht einen guten Eindruck. Ich ess nicht mehr wie Sie. Na, sind Sie nicht so empfindlich. Ich hab nichts dagegen, dass Sie sich satt essen. Bei den feinen Kreisen gilt's vielleicht als Schande, wenn man hungert. Aber bei uns gilt's nicht als Schande, wenn man sich satt isst. Ich find, da ist was dran, dass der sogenannte Materialismus in den besseren Kreisen in Verruf ist. Man spricht gern von niederen materiellen Genüssen und rät den unteren Klassen ab, sich ihnen in die Arme zu werfen. An sich ist es nicht nötig, weil Sie das Kleingeld dafür sowieso nicht haben. Ich hab mich oft gewundert, warum die linken Schriftsteller zum Aufhetzen nicht saftige Beschreibungen von den Genüssen anfertigen, die man hat, wenn man hat. Ich seh immer nur Handbücher, in denen man sich über die Philosophie und die Moral informieren kann, die man in den besseren Kreisen hat. Warum keine Handbücher übers Fressen und die anderen Annehmlichkeiten, die man unten nicht kennt, als ob man unten nur den Kant nicht kennte. Das ist ja traurig, dass mancher die Pyramiden nicht gesehen hat. Aber ich find's beklemmender, dass er auch noch kein Filet in Champagneau-Sauce gesehen hat. Eine einfache Beschreibung der Käsesorten, fasslich und anschaulich geschrieben, oder ein künstlerisch empfundenes Bild von einem echten Omelette, wird unbedingt bildend wirken. Eine gute Rindsuppe geht mit dem Humanismus ausgezeichnet zusammen. Wissen Sie, wie man in anständigen Schuhen geht? Ich meine, in leichten, nach Maß, aus feinem Leder, wo Sie sich wie ein Tänzer fühlen. Und richtig geschnittene Hosen aus weichem Material, wer kennt das schon von Euch? Das ist aber eine Unwissenheit, die sich rächt. Die Unwissenheit über Steaks, Schuhe und Hosen ist eine doppelte. Sie wissen nicht, wie das schmeckt, und Sie wissen nicht, wie Sie das bekommen können. Aber die Unwissenheit ist eine Dreifache, wenn Sie nicht einmal wissen, dass es das gibt. Wir brauchen nicht den Appetit, wir haben den Hunger. Ja, das ist das Einzige, was ihr nicht aus den Büchern lernt. Wenn man auch nach der Lektüre von den linken Schriftstellern glauben könnte, ihr müsst auch das noch aus den Büchern lernen, dass ihr Hunger habt. Die Deutschen haben eine schwache Begabung für den Materialismus. Wo Sie ihn haben, machen Sie sofort eine Idee draus. Ein Materialist ist dann einer, der glaubt, dass die Ideen von den materiellen Zuständen kommen, und nicht umgekehrt, und weiter kommt die Materie dann nicht mehr vor. Ja, da ist was dran. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Zimmer? Das habe ich mich noch nicht gefragt. Ich frage keine Fragen und löse keine Probleme, wenn mich die gewissenhafteste Antwort und die endgültige Lösung nicht weiterbringt. Wenn ich in einen Sumpf fall, frage ich mich nicht, ob ich für Dampfheizung oder für Ofenheizung bin. Ich gedenke, meine Memoiren in dem Zimmer zu schreiben. Ich habe ja gedacht, Memoiren schreibt man erst gegen Ende seines Lebens. Da hat man den richtigen Überblick und weiß sich taktvoll auszudrücken. Ich habe keinen Überblick und ich drücke mich nicht taktvoll aus, aber die erste Bedingung erfülle ich so gut wie alle anderen auf diesem Erdteil, nämlich, dass ich wahrscheinlich am Ende meines Lebens stehe. Mehr Sorge macht mir was anderes. Niemand wird es mit Überraschung aufnehmen, wenn er hört, dass ein bedeutender Mensch die Absicht hat, der Mitwelt einen Bericht über seine Erlebnisse, Meinungen und Ziele abzustatten. Aber ich habe diese Absicht und bin ein unbedeutender Mensch. Na, insofern können Sie doch mit einem Überraschungsabfeuch rechnen. Ziffel sah Kalle prüfend an, konnte aber keine Hinterlist bei ihm feststellen. Kalles Augen waren ehrlich und aufmunternd auf ihn gerichtet. Er nahm einen Schluck von seinem Bier, das kein Bier war, und bekam wieder seinen spekulierenden, ins Weite gerichteten Blick. Kurz darauf schieden sie voneinander und entfernten sich jeder an seine Stadt. Ziffel ging beinahe täglich in das Bahnhofsrestaurant, denn in dem großen Lokal war ein kleiner Stand für Tabakwaren, und zu unregelmäßigen Zeitpunkten erschien ein Mädchen, das ein paar Tüten unterm Arm aufschloss und dann zehn Minuten lang Zigarren und Zigaretten verkaufte. Ziffel lauerte auf Kalle. Er kannte außer ihm niemand in Helsingfors, der Deutsch sprach. Am zehnten oder elften Tag erschien Kalle wieder. Wann haben Sie zum ersten Mal vom Faschismus gehört? Vor Jahren, als von einer Bewegung, welche gegen die ewigen italienischen Zugverspätungen gerichtet war und die Größe des alten Römischen Reiches wieder aufrichten wollte. Ich hörte, die Mitglieder trüben schwarze Hemden. Ich hielt es aber für einen Irrtum, dass man auf Schwarz Schmutz nicht sieht. Braune Hemden sind da weit praktischer. Aber natürlich, diese Bewegung kam nachher und konnte die Erfahrungen der Ersten ausnützen. Die Hauptsache erschien mir, dass der... Dings da... Dem italienischen Volk ein gefährliches Leben, Vita Pericolosa, versprach. Nach den italienischen Zeitungen soll das bei der Bevölkerung stürmischen Jubel ausgelöst haben. Ich sehe, mit einer großen Zeit kann man Sie jagen. Sie wollen sich nicht dazu überreden lassen, heldenhaft aufzutreten. Die großen Männer haben es nicht leicht mit Ihnen. Ich sehe keinen Grund, das Ihnen besonders leicht zu machen. Wenn man sich finanziell etwas rühren kann, ist es natürlich eher möglich, dass man es Ihnen schwer macht. Wenigstens für einige Zeit. Für die Mittellosen ist das schon schwieriger. Sie stellen sich auch ganz ein auf die Mittellosen. Das heißt, das Volk. Diese faschistischen Bewegungen bezeichnen sich überall als Volksbewegungen. Sie schlagen gegen die Reichen einen oft sehr harten Ton an. Besonders, wenn sie mit Unterstützung an der Parteikasse knickrig sein wollen. Und ihr eigenes Bestes nicht verstehen. Wenn ich auch überzeugt bin, dass gerade der kleine Beitrag es schafft. Und je strenger Sie gegen die Reichen reden, desto reichlicher fließt der kleine Beitrag und desto reicher werden Sie. Aber Sie müssen dafür auch was leisten. Von den großen Männern wird heutzutage im Allgemeinen zu viel verlangt. Es ist kein Wunder, dass Sie den furchtbaren Forderungen nicht nachkommen können. Zum Beispiel wird gefordert, dass Sie vollkommen selbstlos sind. Ich möchte wissen, wie Sie das machen sollen. Und wieso gerade Sie? Aber Sie müssen immerfort versichern, dass Sie nichts davon haben als den Kummer und die Sorgen und die schlaflosen Nächte. Und der, wie heißt er doch gleich, muss öffentlich Tränen vergießen nach dem Litermaß, dass er es ehrlich meint. Nur dann folgt ihm das Volk in den Krieg, wenn der, wie heißt er doch gleich, ihn aus Idealismus vom Zaun bricht und nicht aus Gewinnsucht. Vor ein paar Jahren hat einer eine Rede darüber gehalten, dass er kein Rittergut und kein Bankkonto hat. Das ist kühl aufgenommen worden. Die einen waren peinlich berührt, weil sie sich selber ein oder zwei Güter genommen haben, und die anderen wollten sich die Konzentrationslager, die er für sie gebaut hat, nicht schenken lassen. Man hat sich den Kopf darüber zerbrochen, von was er lebt. Man hat herausgefunden, dass er nicht viel braucht. Warum? In die Oper hat er eine Freikarte. Er hat das Gerede schließlich abstoppen müssen und einen Entschluss gefasst, welchen Beruf er ergreifen wollte. Er hat den Beruf eines Schriftstellers gewählt. Als Reichskanzler hat er befohlen, dass man ihm als Reichskanzler nichts zahlen darf. Das war ihm ein Vergnügen. Aber zweitens hat er befohlen, dass man ihm als Schriftsteller sein Buch »Mein Kampf« abkauft, auf welche Weise sein Kampf ein voller Erfolg geworden ist. Von dem Honorar hat er sich die Reichswehr und das Reichskanzlerparleger gekauft und ganz anständig erlebt. Es ist interessant, wie viel Mühe Sie sich geben zu beweisen. Dass Sie das Hinschlachten von Millionen von Menschen und die Unterdrückung und geistige Verkrüppelung ganzer Völker umsonst machen. Und nichts dafür liquidieren. Sie müssen zeigen, dass Sie sich mit Kleinigkeiten nicht abgeben. Sie leben in ganz großen Gedanken und alles Niedriges ihnen fremd, wenn Sie einen Krieg planen. Worauf sie voneinander schieden und sich entfernten, ein jeder an seine Stadt. Ziffel blickte düster auf die staubigen Anlagen vor dem Außenministerium, wo sie die Aufenthaltsbewilligung erneuern lassen mussten. In einem Schaufenster hatte er die schwedische Zeitung mit den Berichten über das Vorrücken der Deutschen bis zum Atlantik gesehen. Alle großen Ideen scheitern an den Leuten. Mein Schwager wird Ihnen beistimmen. Er hat den Arm in die Transmission gekriegt und die Idee gehabt, er könnte einen Zigarrenladen mit Nebenverkauf von Nähzeug, Nadeln, Zwirn und Stopfgarn aufmachen, weil die Frauen schon gern rauchen, aber nicht in den Tabakladen gehen möchten. Aber die Idee ist daran gescheitert, dass er die Lizenz nicht gekriegt hat. Es hat nicht so viel gemacht, weil er das Geld doch nie zusammenbekommen hätte. Das ist nicht, was ich eine große Idee nenne. Eine große Idee ist der totale Krieg. Haben Sie gelesen, wie jetzt in Frankreich die Zivilbevölkerung dem totalen Krieg in die Quere gekommen ist? Sie hat alle Pläne der Heeresleitung und über den Haufen geworfen, heißt es. Sie hat die militärischen Operationen gehindert, indem die Flüchtlingsströme den Truppenbewegungen die Straßen verstopft haben. Die Tanks sind in den Menschen stecken geblieben. Nachdem man endlich Konstruktionen erfunden hat, die nicht einmal im knietiefen Morast stecken bleiben und einen Wald umreißen können. Die hungrigen Leute haben den Truppen die Essvorräte weggefressen, sodass sich die Zivilbevölkerung geradezu als eine Heuschreckenplage erwiesen hat. In der Zeitung schreibt ein Militärsachverständiger besorgt, die Zivilbevölkerung ist zu einem ernsten Problem für die Militärs geworden. Für die Deutschen? Nein, für die eigenen. Die französische Bevölkerung für die französischen Militärs. Das ist Sabotage. Jedenfalls im Effekt. Was nützen die gewissenhaftesten Berechnungen der Stäbe, wenn sich immer wieder das Volk dazwischen drängt und den Kriegsschauplatz unsicher macht? Kein Kommando, keine Verwarnung, kein gütliches Zureden, kein Appell an die Vernunft scheint da geholfen zu haben. Kaum sind feindliche Flieger mit Brandbomben über einer Stadt erschienen, so ist schon alles, was Beine hatte, aus ihr herausgelaufen, ohne sich den geringsten Gedanken darüber zu machen, dass dadurch die militärischen Operationen empfindlich gestört wurden. Rücksichtslos haben sich die Bewohner zur Flucht gewarnt. Was ist da schuld? Ja, man hätt rechtzeitig an die Evakuierung des Kontinents denken müssen. Nur die restlose Entfernung der Völker könnt eine vernünftige Kriegsführung mit voller Ausnutzung der neuen Waffen ermöglichen. Und es müsste eine Dauerevakuierung sein, denn die neuen Kriege brechen blitzschnell aus und wenn da nicht alles bereit, das heißt weg ist, ist alles verloren. Und die Evakuierung müßt auf der ganzen Welt vorgenommen werden. Denn die Kriege breiten sich rasend aus und man weiß nie, wohin die Vorstöße erfolgen. Evakuierung auf der ganzen Welt? Für dauernd? Hm, das braucht doch Organisation. Es existiert eine Anregung des Generals Amadeus Stultnagel, die wenigstens als provisorische Zwischenlösung in Betracht käme. Der General schlägt vor, dass man die eigene Zivilbevölkerung mit Transportflugzeugen und Fallschirmen hinter die feindliche Frontlinie in Feindesland absetzt. Das hätte eine doppelte Wirkung im erwünschten Sinn. Erstens wird so der eigene Operationsraum freigemacht, sodass der Aufmarsch reibungslos erfolgen kann und die Lebensmittel dem Heer restlos zugutekommen. Zweitens wird die Verwirrung in die feindliche Etappe getragen. Die Zumaßstraßen und Kommunikationslinien des Gegners würden blockiert. Das ist das Ei des Kolumbus. Wie der Führer gesagt hat, die Kolumbuseier liegen auf der Straße herum. Es muss nur einer kommen und sie auf den Kopf stellen, womit er auf sich angespielt hat. Die Idee ist echt deutsch in ihrer Kühnheit und unkonventionellen Art. Aber sie ist keine endgültige Lösung des Problems. Denn natürlich wird zur Wiedervergeltung der Feind sofort seine Bevölkerung ebenfalls in Feindesland werfen, denn der Krieg steht und fällt mit dem Satz »Aug um Auge, Zahn um Zahn«. Eins ist sicher, wenn der totale Krieg nicht Zukunftsmusik bleiben soll, muss da eine Lösung gefunden werden. Die Frage steht einfach so. Entweder wird die Bevölkerung abgeschafft oder Krieg wird unmöglich. Irgendwann und das bald muss die Entscheidung getroffen werden. Ziffel leerte sein Glas so langsam, als wäre es sein letztes. Dann schieden sie voneinander und entfernten sich jeder an seine Stadt. Ziffel und Kalle beschnüffelten das Land. Kalle, in dem er als Handelsreisender für Büroartikel die Nase bald hierhin, bald dorthin steckte, Ziffel, in dem ihm als Verwendung suchendem Chemiker bald hier, bald dort zu nahe getreten wurde. Als sie sich wieder trafen, schlug Kalle vor, das Lokal zu wechseln. Ein Automatenrestaurant, weniger als zehn Minuten entfernt, schien ihm besseren Kaffee auszuschenken. Der Dicke sah unglücklich aus und schien sich von einem Wechsel der Umgebung nichts zu erwarten. So blieben sie und tauschten ihre Erfahrungen aus. Die Schweiz ist ein Land, das berühmt dafür ist, dass sie dort frei sein können. Sie müssen aber Tourist sein. Ich war dort und habe mich nicht sehr frei gefühlt. Wahrscheinlich haben sie in keinem Hotel gewohnt. Sie müssen in einem Hotel wohnen. Von da aus können sie hin, wohin sie wollen, um die größten Berge. Mit der schönsten Aussicht sind keine Zäune. Und nichts. Es heißt, sie fühlen sich nirgends freier als auf einem Berg. Ich habe gehört, die Schweizer selber steigen nie hinauf, wenn sie nicht Bergführer sind. Und dann sind sie nicht ganz frei, sondern müssen die Touristen herumtragen. Die Bergführer haben wahrscheinlich weniger Freiheitsdurst als die anderen Schweizer. Der historische Freiheitsdurst der Schweiz kommt daher, dass die Schweiz ungünstig liegt. Sie ist umgeben von lauter Mächten, die gern was erobern. Infolgedessen müssen die Schweizer immerfort auf dem Kiviv sein. Wenn es anders wäre, bräuchten sie keinen Freiheitsdurst. Man hat nie was von einem Freiheitsdurst bei den Eskimos gehört. Die liegen günstiger. Die Schweizer haben Glück gehabt, dass es gleich mehrere sind, die schlimme Absichten auf sie haben. Keiner von ihnen gönnt dem anderen die Schweiz. Wenn ihr Glück auslässt, das heißt, wenn eine von den Mächten stärker wird, wisst's herum. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, raus aus jedem Land, wo Sie einen starken Freiheitsdurst finden. In einem günstiger gelegenen Land ist er überflüssig. Sie haben recht. Es ist verdächtig, wenn wo viel von Freiheit die Rede ist. Es ist mir aufgefallen, dass so ein Satz bei uns herrscht Freiheit immer kommt, wenn jemand sich über Unfreiheit beschwert. Dann heißt es sofort, bei uns ist Meinungsfreiheit, bei uns können Sie jede Überzeugung haben, die Sie wünschen. Das stimmt, indem das überall stimmt. Nur äußern können Sie Ihre Überzeugung nicht. Das wird strafbar. Wenn Sie in der Schweiz was gegen den Faschismus sagen, was mehr ist als nur, dass Sie ihn nicht lieben, was keinen Wert hat, heißt sofort, diese Überzeugung darf man nicht äußern, weil sonst unsere Freiheit bedroht ist, denn dann kommen die Deutschen. Oder sagen Sie dort einmal, Sie sind für den Kommunismus. Sofort werden Sie hören, dass Sie das nicht sagen dürfen, weil der Kommunismus die Unfreiheit bedeutet. Denn die Kapitalisten sind im Kommunismus unfrei. Sie werden verfolgt, weil sie eine andere Meinung haben und auch die Arbeiter sind nicht mehr frei, bei ihnen Arbeit zu nehmen. Ein Herr in einem Gasthof hat mir gesagt, versuchen Sie einmal in Russland eine Initiative zu haben und eine Fabrik aufzumachen. Sie können nicht einmal ein Haus kaufen. Ich habe ihm gesagt, kann ich's hier? Nach jeder Zeit hat er gesagt, schreiben Sie einen Check aus und fertig. Ich habe sehr bedauert, dass ich kein Konto auf der Bank gehabt habe, denn sonst hätte ich eine Fabrik aufmachen können. gemeint ist, dass Sie im Privaten einige Freiheiten haben und nicht gleich verhaftet werden, wenn Sie an einem Biertisch eine Überzeugung haben, die von der Erlaubten abweicht. Hier dürfen Sie auch am Biertisch keine Meinung mehr haben. Die Deutschen und vorhin schon andere haben entdeckt, dass auch das schon gefährlich ist. Sie sind auch unter den Biertisch gekochen. Sie haben den Freiheitsdurst der Kleinbürger an der Wurzel gepackt. Sie tun, was Sie können, aber Sie sind noch nicht ganz durch. Sie haben in Ihren Konzentrationslagern Vorbildliches geschaffen, aber Rom wird nicht an einem Tag gebaut und die Leute erlauben sich noch einen ganzen Haufen Freiheiten. Zum Beispiel, Sie können auch in Deutschland noch zuweilen frei herumgehen durch die Stadt und vor den Läden stehen bleiben, wenn es auch nicht gern gesehen ist, weil kein Ziel da ist. Ja, ein Ziel brauchen Sie immer. Ziel ist, worauf man schießt. Solange wir unser Erwerbsleben haben, kann immer ein Freiheitsdurst entstehen. Warum? Es ist zu anstrengend für die meisten. Nehmen Sie die Amerikaner. Ein großes Volk. Zuerst haben Sie sich gegen die Übergriffe der Indianer wehren müssen und jetzt haben Sie die Millionäre auf den Hals bekommen. Ständig werden Sie überfallen von den Nahrungsmittelkönigen, umzingelt von den Öltrusts, gebranntschatzt von den Eisenbahnmagnaten. Von den Zeitungen werden Sie in die Hinterhalte gelockt und die Banken lauern Ihnen beim helllichten Tag am Weg auf. Während Sie jeden Augenblick gefeuert werden können, ja sogar wenn Sie gefeuert sind, kämpfen Sie wie die Wilden um Ihre Freiheit, dafür, dass jeder machen kann, was er will, was die Millionäre mit Freude begrüßen. So ist es. Wie die wilden Tiere müssen Sie ständig auf der Höhe sein, sonst werden Sie überwältigt. Gerade bei den Amerikanern ist ein besonders starkes und Sie reden von Freiheit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist verdächtig. Damit einer von Freiheit redet, muss Ihnen das Schuh drücken. Nehmen wir Frankreich, La Patrie. Ich bin froh, dass ich kein Franzos bin. Sie müssen zu patriotisch sein für meinen Geschmack. Ja, sagen Sie ruhig, was Sie dagegen haben. Das ist ein Land, wo der Patriotismus betrieben werden muss wie ein Laster, nicht nur wie eine Tugend. Sie sind nicht verheiratet mit Ihrem Land, sondern es ist Ihre Geliebte und wie eifersüchtig die ist. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat mich alle Viertelstunden gefragt, ob ich sie noch liebe. Wenn ich ins Bett mit ihr jangen bin, hat sie gesagt, ich liebe sie nur wie in dem Bett. Und wenn ich ihr zugehört habe, hat sie gesagt, wenn sie stumm wäre, würde ich sie nicht mehr möhen. Oh, es war anstrengend. Es ist mir immer merkwürdig vorgekommen, dass man gerade das Land besonders lieben soll, wo man die Steuern zahlt. Die Grundlage der Vaterlandsliebe ist die Genügsamkeit, eine sehr gute Eigenschaft, wenn nichts da ist. Die Vaterlandsliebe wird schon dadurch beeinträchtigt, dass man überhaupt keine richtige Auswahl hat. Das ist so, als wenn man die lieben soll, die man heiratet, und nicht die heiratet, die man liebt. Warum? Ich möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir, man zeigt mir ein Stück Frankreich und einen fetzen gutes England und zwei Schweizer Berge und was norwegisches am Meer und dann deute ich drauf und sage, das nehme ich als Vaterland. Dann würde ich es auch schätzen. Aber jetzt ist es, wie wenn einer nicht so sehr schätzt, wie den Fensterstock, aus dem er einmal heruntergefallen ist. Das ist ein zynischer, wurzelloser Standpunkt, der hier fällt mir. Ach, sonst höre ich immer, man soll verwurzelt sein. Ich bin überzeugt, die einzigen Geschöpfe, die Wurzeln haben, die Bäume, hätten lieber keine, dann könnten sie auch in einem Flugzeug fliegen. Es heißt, man liebt das, für das man Schweiß vergossen hat. Das wäre eine Erklärung für eine Erscheinung wie die Vaterlandsliebe. Ich nicht. Ich lieb nicht das, wofür ich Schweiß vergossen hab. Nicht einmal alles, wofür ich meinen Samen vergossen hab. Ich habe es einmal mit einer Person zu tun gehabt, mit der bin ich bis nach Wannsee hinausgefahren, weil mir ihre Figur gefallen hat. Sie hat allerhand hübsche Sachen gehabt. Aber dann hat sie zum Mittag gegessen, dann hat sie rudern wollen und dann hat sie Kaffee haben müssen und am Ende war ich so weit, dass ich sie glatt hätte im Gebüsch sitzen lassen, wenn sie auch nur eine halbe Minute über die Zeit mit dem Schlüpfer ausziehen gebraucht hätte. Und ich sage Ihnen noch einmal, sie hat eine erstklassige Figur gehabt. Das Gespräch kam auch auf Dänemark, wo sowohl Ziffel als auch Kalle sich aufgehalten hatten, weil es auf der Strecke lag. Dort haben sie einen ganz sprichwörtlichen Humor. In einem Land leben, wo es keinen Humor gibt, ist unerträglich. Aber noch unerträglicher ist es in einem Land, wo man Humor braucht. Wenn meine Mutter nischt gehabt hat, keine Butter, hat sie uns Humor aufs Brot gestrichen. Er schmeckt nicht schlecht, sättigt aber nicht. Bei Humor denke ich immer an den Philosophen Hegel, von dem ich mir in der Bibliothek einiges besorgt habe, damit ich ihnen philosophisch gewachsen bin. Erzählen Sie mir darüber. Ich bin nicht gebildet genug, dass ich ihn selber lese. Er hat das Zeug zu einem der größten Humoristen unter den Philosophen gehabt, wie sonst nur noch der Sokrates, der eine ähnliche Methode gehabt hat. Aber er hat anscheinend Pech gehabt und ist in Preußen angestellt worden. Und so hat er sich dem Staat verschrieben. Ein Augenzwinkern ist ihm aber, soweit ich sehen kann, angeboren gewesen, wie ein Geburtsfehler, und er hat's gehabt bis zu seinem Tod. Ohne dass es ihm zum Bewusstsein gekommen ist, hat er immerfort mit den Augen gezwinkert, wie ein anderer einen ununterdrückbaren Feiztanz hat. Er hat einen solchen Humor gehabt, dass er sich so etwas wie Ordnung zum Beispiel gar nicht hat denken können ohne Unordnung. Er war sich klar, dass sich unmittelbar in der Nähe der größten Ordnung die größte Unordnung aufhält. Er ist so weit gegangen, dass er sogar gesagt hat, an ein und demselben Platz. Unter Staat hat er etwas verstanden, was dort entsteht, wo die schärfsten Gegensätze zwischen den Klassen auftreten, sodass sozusagen die Harmonie des Staates von der Disharmonie der Klassen lebt. Er hat bestritten, dass 1 gleich 1 ist, nicht nur in dem alles, was existiert, unaufhaltsam und unermüdlich in was anderes übergeht, und zwar in sein Gegenteil, sondern weil überhaupt nichts mit sich selber identisch ist. Wie jeden Humoristen hat ihn besonders interessiert, was aus den Dingen wird. Sie kennen den Berliner Ausruf. Du hast dir aber verändert, Emil. Die Feigheit der Tapfern und die Tapferkeit der Feigen hat ihn beschäftigt. Überhaupt das, das alles sich widerspricht und besonders das Sprunghafte. Sie verstehen, dass alles ganz ruhig und pomadig vorgeht und plötzlich kommt der Krach. Die Begriffe haben sich bei ihm immerfort auf dem Stuhl geschaukelt, was zunächst einen besonders gemütlichen Eindruck macht, bis er hinüberfällt. Sein Buch »Die große Logik« habe ich einmal gelesen, wie ich Rheumatismus hatte und mich selbst nicht bewegen konnte. Es ist eines der größten humoristischen Werke der Weltliteratur. Handelt das Buch nur von solchen Begriffen? Die Begriffe, die man sich von was macht, sind sehr wichtig. Sie sind die Griffe, mit denen man die Dinge bewegen kann. Das Buch handelt davon, wie man sich unter die Ursachen der vorgehenden Prozesse einschalten kann. Den Witz einer Sache hat er die Dialektik genannt. Wie alle großen Humoristen hat er alles mit todernstem Gesicht vorgebracht. Wo haben Sie übrigens von ihm gehört? In der Politik. Wir haben uns sehr interessiert für ihn. Wir haben Auszüge von ihm bekommen. Man muss sich bei ihm an die Auszüge halten, wie bei den Krebsen. Er hat uns interessiert, weil wir so viel gesehen haben, was so einen Witz gehabt hat, wie Sie ihn beschreiben. Nehmen Sie einen Bauern bei der Landagitation, die wir gemacht haben. Er ist gegen uns gewesen, weil er gesagt hat, wir wollen ihm alles wegnehmen. Aber dann haben ihm die Bank und der Jutsbesitzer alles weggenommen. Einer hat mir gesagt, das sind die ärgsten Kommunisten, wenn das nicht ein Witz ist. Die beste Schul für Dialektik ist die Emigration. Die schärfsten Dialektiker sind die Flüchtlinge. Sie sind Flüchtlinge in Folge von Veränderungen und sie studieren nichts als Veränderungen. Aus den kleinsten Anzeichen schließen sie auf die größten Vorkommnisse. Das heißt, wenn sie Verstand haben, wenn ihre Gegner siegen, rechnen sie aus, wie viel der Sieg gekostet hat. Und für die Widersprüche haben sie ein feines Auge. Die Dialektik, sie lebe hoch. Wenn sie nicht befürchtet hätten, dass ein feierliches Aufstehen und Anstoßen im Lokal Aufsehen erregt hätte, wären Ziffel und Kalle unter keinen Umständen sitzen geblieben. Unter diesen Umständen erhoben sie sich nur im Geiste. Bald darauf aber schieben sie voneinander und entfernten sich jeder an seine Stadt. Der Herbst kam mit Regen und Kälte. Das liebliche Frankreich lag am Boden. Die Völker verkrochen sich unter die Erde. Ziffel saß im Bahnhofsrestaurant von Helsingfors und schnipfelte eine Brotmarke von seiner Brotkarte. Kalle, Kalle, was sollen wir armen Menschen machen? Überall wird Übermenschliches verlangt. Wo sollen wir noch hin? Nicht nur ein Volk oder zwei Völker erleben eine große Zeit, sondern sie rückt unaufhaltbar für alle Völker herauf. Sie kommen hier nicht aus. Das möchte einigen passen, dass sie keine große Zeit durchmachen müssten. Und nur andere müssten es. Nein, daraus wird nichts. Sie müssen es sich aus dem Kopf schlagen. Über dem ganzen Kontinent nehmen die Heldentaten zu. Die Leistungen des gemeinen Mannes werden immer gigantischer. Jeden Tag wird eine neue Tugend erfunden. Damit man zu einem Sack Mehl kommt, braucht man eine Energie, mit der man früher den Boden einer ganzen Provinz hätte urbar machen können. Damit man herausbringt, ob man schon heut fliehen muss oder erst morgen fliehen darf, ist eine Intelligenz nötig, mit der man noch vor ein paar Jahrzehnten hätte ein unsterbliches Werk schaffen können. Eine homerische Tapferkeit wird gefordert, damit man auf die Straße gehen kann. Die Selbstentsagung von einem Buddha, damit man überhaupt geduldet wird. Nur wenn man die Menschlichkeit von einem Franz von Assisi aufbringt, kann man sich von einem Mord zurückhalten. Die Welt wird ein Aufenthaltsort von Heron. Wo sollen wir da hin? Eine Zeit lang hat's ausgesehen, als ob die Welt bewohnbar werden könnte. Ein Aufatmen ist durch die Menschen gegangen. Das Leben ist leichter geworden. Der Webstuhl, die Dampfmaschine, das Auto, das Flugzeug, die Chirurgie, die Elektrizität, das Radio, das Pyramidon kam. Und der Mensch konnte fauler, feiger, wehleidiger, genusssüchtiger, kurz glücklicher sein. Die ganze Maschinerie diente dazu, dass jeder alles tun können sollte. Man rechnete mit ganz gewöhnlichen Leuten in Mittelgröße. Was ist aus dieser hoffnungsvollen Entwicklung geworden? Die Welt ist schon wieder voll von den wahnwitzigsten Forderungen und Zumutungen. Wir brauchen eine Welt, in der man mit einem Minimum an Intelligenz, Mut, Vaterlandsliebe, Ehrgefühl, Gerechtigkeitssinn und so weiter auskommt. Und was haben wir? Ich sage Ihnen, ich habe es satt, tugendhaft zu sein, weil nichts klappt, entsagungsvoll, weil ein unnötiger Mangel herrscht, fleißig wie eine Biene, weil es an Organisation fehlt, tapfer, weil mein Regime mich in Kriege verwickelt. Kalle, Mensch, Freund, ich habe alle Tugenden satt und weigere mich, ein Held zu werden. Die Kellnerin nahm die Brotmarke in Empfang, der Dingsda überfiel Griechenland, Roosevelt fuhr auf Wahlagitation, Churchill und die Fische warteten auf die Invasion, der, wie heißt er doch gleich, schickte Soldaten nach Rumänien und der große Krieg im Osten stand noch aus. Ich habe mir ihren ergreifenden Appell von neulich überschlafen und ihren Überdruss, was das Heldentum betrifft. Ich denke, ich engagiere Sie. Ich habe einen Geldgeber für die Gründung meiner Wanzenvertilgungsanstalt mit beschränkter Haftung gefunden. Ich nehme das Engagement mit dem Ausdruck des Zögerns an. Was Ihre Gesinnung angeht, Sie haben mir zu verstehen gegeben, dass Sie auf der Suche nach einem Land sind, wo ein solcher Zustand herrscht, dass solche anstrengenden Tugenden wie Vaterlandsliebe, Freiheitsdurst, Güte, Selbstlosigkeit so wenig nötig sind wie ein Scheißen auf die Heimat, Knechtseligkeit, Hoheit und Egoismus. Ein solcher Zustand ist der Sozialismus. Entschuldigen Sie, das ist eine überraschende Wendung. Dann vom Wirtstisch auf und erhob seine Kaffeetasse. Ich fordere Sie auf, sich zu erheben und mit mir anzustoßen auf den Sozialismus. Aber in solch einer Form, dass es hier im Lokal nicht auffällt. Gleichzeitig mache ich Sie darauf aufmerksam, dass für dieses Ziel allerhand nötig sein wird. Nämlich die äußerste Tapferkeit, der tiefste Freiheitsdurst, die größte Selbstlosigkeit und der größte Egoismus. Ich hab's geahnt. Und er erhob sich mit seiner Tasse und machte mit ihr eine ungenaue Bewegung, die nicht leicht jemand als einen Versuch zum Anstoßen entlarven konnte. und erhob sich. Und erhob sich, dass er die Unterschiede ist. Vielen Dank.